Die Klosterkirche St. Trinite in 10 und die zugehörige Benediktinerinnenabtei wurde um 1060 von Mathilde von Flandern, der Ehefrau Wilhelmsi, als Frauenkonvent gestiftet. Die 1066 geweihte Kirche mit ihrem unüblichen sechsteiligen Rippengewölbe gilt gemeinsam mit ihrem Pendant, der Kirche St. Etienne in 10, als Vollendungsbau der Romanik in der Normandie. Beide Beispiele normannischer Architektur gelten daher auch als Wegbereiter der gotischen Baukunst. Geschichte Die Ab bei Augsdames wurde von Königin Mathilde um 1060 gestiftet und 1066 geweiht. Die Frauenabtei entstand zeitgleich mit der von Wilhelm I. um 1060 gestifteten Männerabtei St. Etienne. Grund für beide Stiftungen war die vom Heiligenstuhl angefochtene Ehe Wilhelmsi und Mathildes. Beide Kirchen dienten aber auch als Memorialstiftungen, denn 1083 wurde Mathilde im Chor der Kirche beigesetzt. 1087 ließ sich Wilhelm I. in St. Etienne bestatten. Die Klosterstiftungen in 10 stehen außerdem am Beginn der zahlreichen Klostergründungen in der unteren Normandie, die Wilhelm I. während seiner Herrschaft vorantrieb. Um die oberen Normandie mit Hauptstadt in Rouen und die unteren Normandie mit der Hauptstadt in 10 zu vernetzen. Die Bauarbeiten an St. Etrinite dauerten aber noch bis etwa 1130 an. Die erste Aptissense, sie war wahrscheinlich ihre Tochter. Nach der Auflösung des Konvents im Zuge der Französischen Revolution wurde das Klostergebäude bis in die 1980er Jahre zu verschiedenen Zwecken. Genutzt, UA als Krankenhaus. Es war der Sitz des Regionalrats der Region Basse Normandie bis zu ihrer Auflösung 2016. Zu diesem Anlass wurde es rundum renoviert. Architektur Architektonische Besonderheit der Kirche mit der blockhaften Doppelturmfassade sind die sechsteiligen Kreuzrippengewölbe, die um 1130 eingebaut wurden und die flache Holzdecke ersetzten. Das Baumaterial des Klosters, wie das der Abbeier Aux-Hommes und der Burg von 10, ist ein lokaler heller Sandstein, der sogenannte Stein aus 10. Neben den guten statischen Eigenschaften lässt er sich schnitzen wie Holz und erzeugt vor allem eine warme, helle Atmosphäre in den Gebäuden. Punkt Punkt Punkt